Hallo, ich bin Andrea und bin im zweiten Lehrjahr als Köchin im Spital zu zusehen. Ich möchte euch einen kleinen Einblick in meine Küche mit der schönsten Aussicht des ganzen Dorfes vorstellen. Kommt doch mit! Als Köchin vorbereite ich vor allem Lebensmittel und weiterverarbeite zu feinen Gerichten. Mein Tag fängt am Morgen um 7 Uhr an. Als Erstes schaue ich auf einen Menüplan, was es heute gibt. Dann mache ich für mich einen Plan und bespreche diesen mit dem Berufsbildner. Vor dem Kochen kontrolliere ich die frisch bestellte Ware. In meiner Ausbildung lerne ich vor allem alle Lebensmittel kennen und was ich aus denen kochen kann. Im Spital zu zusehen gefällt mir am besten die Zusammenarbeit im kleinen und coolen Team, wo ich alle Arbeiten als angehende Köchin lernen kann. Die regelmässigen Arbeitszeiten sind auch ein Vorteil. Ausserdem hat man im Spital genug Zeit, sich auf die Lehre zu konzentrieren und da bekomme ich viel Unterstützung. Auch wenn ich mal eine Frage vor der Schule habe, kann ich immer kommen und nachfragen und bekomme viel Hilfe. Ich habe mich für das Spital zu zusehen entschieden, weil es nicht allzu weit von daheim weg ist und weil mir das Team sehr gut gefallen hat. Wenn du dich hier bewerben möchtest, solltest du früh am Kochen haben, so wie an den Lebensmitteln und früh an die Teamarbeit haben. Mein Team ist für mich, also ich fühle mich sehr wohl. Das stimmt für mich tiptop. Wir sind eigentlich die meisten per TU. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag bekommen. Ich hoffe, es sei dir gefallen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.